Beispiel, der aktuell für diese Woche stattfindet. Für die Kurse, wichtig, müssen sich eure Kunden immer am Abend vorher in eine Liste eintragen. Denn ihr seht, es ist natürlich begrenzte Fläche, 2000 Leute könnten hier nicht mitmachen. Aber wir versuchen immer die neuesten Programme aufzunehmen. Wie ihr seht, wir haben TRX, wir haben auf den neuen Schiffen jetzt, auf der Main Shift 3 und auf der 5, haben wir diese Trampoline, dieses Jumping Fitness. Wir haben wirklich immer so, was auch gerade so in Deutschland angesagt ist, versuchen wir relativ zeitnah auf den Schiffen umzusetzen. Das Grundkursprogramm ist kostenfrei, immer wenn es als Workshop betitelt ist.